Ein großer Radsporttag wartet auf uns. St. Anton am Arlberg ist bereit für den nächsten Arlberg-Chiro am Samstag, den 2. August. 7.15 Uhr der Start hier bei uns in der Fußgängerzone. Es geht die bekannte Runde durch Vorarlberg bis nach Bludenz hinein ins schöne Montafon, dann hinauf auf die Silvretter Hochalpenstraße, durchs Patznauntal heraus und durchs Stanzertal wieder zu uns zurück. Von der Sicherheit über die Verpflegungsstationen bis hoffentlich auch zum Wetter, das uns am Samstag hold sein wird, sind wir bereit für einen großen Radttag. Nicht nur für die Teilnehmer, sondern vor allem auch für alle Zuschauer. Besuchen Sie uns in St. Anton am Arlberg und das nicht nur zum Arlberg-Chiro, sondern am Samstagabend gibt es das internationale Radkriterium bei uns in der Fußgängerzone. Top-Teams mit Top-Fahrern an einem wunderschönen Radstag in der Fußgängerzone St. Anton am Arlberg.